We are a stop before 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 Eine Rose? Hat deine Mutter, die noch keine Rose hat? Gut, das ist ja schön, hey, herrlich Der Magda Day, voll gut, Hammer Gott sei Dank ist da die Gender-Bewegung noch nicht so eingetroffen, ne? Hey, so gut Wow, ey, ich freue mich heute auf die Message Und, ey, ich start gleich rein, ist das gut? Ja, ich bete noch und dann starten wir direkt rein Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist Heilige Geist, ich schlage dich ein, dass du wirken kannst Vater, ich bete dir, dass unsere Herzen offen sind Dass du da einfach reinkommen kannst Jesus, ich danke dir dafür, dass du Dass du Heute Wirklich unser Mindset Sprengen möchtest, um Um den Blick von uns weg zu haben Noch weiter auf Unser Umfeld Und ich danke dir dafür, dass du einfach mit deiner Power heute kommst Und uns begegnest Amen Amen Hey, so schön Heute sind wir nach wie vor in der Serie Komm nicht mehr in die Kirche Ich liebe diesen Ich liebe diesen Predigtitel einfach Weil das ist Diesen Serientitel Weil der ist einfach ziemlich, ziemlich provokant Ja, also ihr habt es alle nicht eingehalten Komm nicht mehr in die Kirche Nee, natürlich Weil genau darum geht es Komm nicht nur in die Kirche Sondern sei die Kirche Ja, und das ist wirklich so unser Anliegen Dass du In diese Kirche Oder wo auch immer du vielleicht herkommst Dass du einen Ort findest, wo du gepflanzt bist Ja, so weil Weil Gott hat da so viel vor Wenn du gepflanzt bist Die Sache ist, wenn du nicht gepflanzt bist Kann nichts passieren Kannst du nicht wachsen Ja, und darum ist es so wichtig Gepflanzt zu sein Und dann nicht nur zu kommen als Konsument Sondern Sondern wirklich da Da wirklich zu erleben Was Gott machen möchte Und für uns, wie Sarah vorhin schon gesagt hat Hey, Kirche Ist für uns nicht irgendwie Also, auf das Was ich wirklich keinen Bock habe Ist nur eine coole Kirche zu sein Nur eine Kirche zu sein Muss irgendwie so Dass wir alles gut machen Dass wir einen guten Lobpreis haben Eine gute Predigt haben Wo alle rausgehen Und sagen, das war ein gutes Wort Ja, so Das wäre das Schrecklichste Weil genau das ist unsere laue Christenheit Unsere laue Christenheit Ist einfach Ich komme in die Kirche Konsumiere Na, na, na Und gehe wieder heim Und bleibe unverändert Ich wünsche mir Dass wir eine Kirche sind Wo Gotteskraft so sichtbar Und powerful einfach reinkommt Ja, so Vielleicht denkst du auch So, hey, mit dem Gebet So, jetzt da im Gottesdienst Für Leute beten Und so Ist ja ganz komisch Wo ich sag, hallo Wenn wir irgendwo beten Dann in der Kirche Ja, und dann Vielleicht ist es komisch Sowas, wo ich sag, hey Wenn wir da mal die ersten Wunder sehen Dann wird es nicht mehr komisch Ja, weil dann wird es sein Dass du deine Freunde bringst Weil, ja, ich hab einen gebrochenen Fuß Ey, komm doch Ey, ich hab Depressionen Ey, komm doch in die Kirche Ey, ich hab meine Ehe Ist völlig am Arsch Ey, komm doch in die Kirche Ich hab Krebs Ey, komm doch in die Kirche Da beten wir für dich Du wirst geheilt Ja, die Sache ist einfach Wir sind gerade auch in einer gewissen Weise Im Transfer Wo wir auch immer mehr erleben Wo Gott wirkt Und das ist unser Anliegen Und dazu brauchst du manchmal Einfach Gehorsamsschritte Einfach manchmal diese Schritte Wo ich sag, hey, ich bin mutig Und probier's Und ich bin mutig Und trau mich einfach mal Ja, so, hey Wir singen fearless Aber leben nicht fearless Ja, und das ist wirklich auch was ist Da furchtlos zu leben Und ich sag dir eins Der Teufel Den juckt überhaupt Keine coole Kirche Den juckt keine Larifari Kirche Den juckt keine Konsumentenkirche Aber den juckt eine kraftvolle Kirche Ja, so, und das ist mein Anliegen Teufel so richtiges Leben scheiße zu machen Ja, das ist mein Anliegen Okay? Come on Ey, ich gehe heute Heute in den Bibeltext Im alten Testament Und ich liebe das alte Testament Ja, so, weil Ja, das ist einfach kraftvoll Ja, und da gehen wir In den ersten Mose In Kapitel 4 Das ist ziemlich am Anfang Und da lese ich uns ein paar Verse vor Ihr könnt gerne eure Bibel mal rausholen Und können wir dann Gerne mal aufschlagen Das Ganze am Anfang 1. Mose Kapitel 4 Da heißt Adam schlief mit seiner Frau Eva Und sie wurde schwanger Punkt Heute reden wir über Muttertag Ne, okay Ähm Das hat ein paar gedauert, gell So, okay Also Wie funktioniert das? Komm nicht mehr in der Kirche Ne, okay Also Stopp, okay Also Okay, okay Okay, okay Okay, okay Das war so ein bisschen Wie cool ist das? Oder Ey, wir Das ist ziemlich politisch inkorrekt Wir haben einen richtig politisch inkorrekten Gott Wie den einen nimmt der an Ich will dich zu Fall bringen Du aber sollst über sie herrschen Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm, wir gehen aufs Feld hinaus. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain. Soll ich etwas ständig auf ihn aufpassen oder eigentlich korrekt heißt, bin ich meines Bruders Hüter? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Deshalb sollst du verflucht sein und musst den Acker verlassen, den du mit dem Blut deines Bruders befleckt hast. Er wird keinen Ertrag mehr bringen, auch wenn du so hart arbeitest. Von jetzt an sollst du ein Flüchtling sein, der heimatlos von Ort zu Ort irrt. Kain entgegnete dem Herrn, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du vertreibst mich heute vor meinem Land und ich muss mich vor dir verstecken. Ich werde ein heimatloser Flüchtling sein, der von Ort zu Ort irrt. Jeder, der mir begegnet, wird mich töten. Doch der Herr antwortete ihm, wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er versah Kain mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich im Lande Nord, östlich von Eden, nieder. Punkt. Wow, okay, da haben wir ein bisschen Material. Kurz zusammengefasst, Kain und Abel, zwei Brüder, sozusagen die Kinder von den ersten Menschen, Adam und Eva. Darum ist es ganz am Anfang in der Bibel. Kain opferte etwas von seinen Früchten, von seiner Ernte. Abel opferte den ersten Teil seiner Lämmer. Gott nimmt Abels Opfer an, die Lämmer, und Kain sagt dann, nee, das nehme ich nicht an. Dann ist Kain sauer auf Abel, bringt Abel um und dann fragt Gott ihn, ja, wo ist dein Bruder? Und er sagt, keine Ahnung, bin ich eines Bruders Hüter und so weiter. Und dann im Endeffekt ist mit Kain vorbei. Was ich so krass finde bei dieser Stelle, und ich möchte uns ein bisschen da ausholen, und zwar, die Bibel ist das Wort Gottes. Das ist extrem wichtig, dass wir das wissen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Ja, also die Bibel, da heißt es in Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Das heißt so, in der Bibel, auch in Johannes 1, am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott, und das Wort war Gott. So, das Wort Gottes war bei Gott, das Wort war Gott, und es geht auch um Jesus, dass er das Wort Gottes ist, und die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Und, hey, darum ist die Bibel, ist das Wort Gottes. Jetzt müssen wir verstehen, dass die Bibel nicht nur ein Geschichtsbuch ist. Viele lesen die Bibel als ein Geschichtsbuch. Boah, lass uns mal ein bisschen jüdische Geschichte lesen. Kein tötete Abel, spannend, hört sich ja komisch an, zuschlagen, tschüss Gott. Ja, so lesen viele Leute die Bibel. So, und so sehen auch viele Leute die Bibel. Auch wenn wir verstehen, es geht da nicht in erster Linie nur um die Geschichte, es geht um die Kraft, die dahinter steckt. Es geht um das Leben, das da drin ist. Es geht, hey, wenn das das Wort von Gott ist, dann schenkt es Leben. Wenn Gott spricht, wir sehen die ganze Bibel voll, Gott sprach und es wurde. Die Schöpfung, Gott sprach und es wurde nicht. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wurde. Gott sprach und es wird in meinem Leben. Und das ist die Bibel. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Nicht für unsere Bibel wissen wir nicht, dass wir ein bisschen Geschichte kennen, sondern es geht darum, dass wir das Wort Gottes kennen und anwenden können in unserem Leben als Kraft, als Waffe. Ja, dass Gottes Geschichte in meinem Leben auch zum Vorschein kommt. Das Ding ist da eben, hey, wenn das lebt, dann ist auch diese Geschichte hier zum Beispiel mit Kain und Abel, ist zwar, ja, das ist schon irgendwie eine Geschichte, aber die Geschichte wiederholt sich eigentlich immer. Bis heute wiederholt sie sich nur mit einer anderen Besetzung. Und wenn wir so auch die Bibel lesen, hey, du liest da vielleicht die Geschichte von Kain und Abel und wenn du es zuschlägst und sagst, okay, schön, Kain und Abel, dann hast du nichts daraus gelernt. Die Sache ist, die Geschichte von Kain und Abel wiederholt sich bis heute nur mit einer anderen Besetzung. Und genau das ist der Schlüssel, dass wir erkennen, hey, wir wollen wirklich diese Mentalität, diesen Geist von Kain, der ist heute noch so krass da. Der ist heute so massiv in den Kirchen drin, der ist heute so massiv in der Gesellschaft drin, dieser Spirit von Kain, dieser Geist von Kain, diese Mentalität von Kain. Und darum heißt meine Predigt heute, der Kain-Killer. Ja, Kain-Killer. Also nicht kein Killer, sondern Kain-Killer. Wir killen Kain, oder? Aber wir nicht ihn, sondern wir killen die Mentalität von Kain bei uns. Dass das unser Anliegen ist, komm nicht mehr in die Kirche, Mann. Ey, lass uns den Kain killen. Lass diese Mentalität von, diese Mentalität, die Kain hat, die wollen wir hier nicht. Das ist kein Ort, wo diese Mentalität einen Platz hat. Und darum habe ich uns ein paar verschiedene Punkte. Ich schaue mal, ob ich alle rausbringe oder in zwei Wochen habe ich sonst noch eine ganze Predigt, wo ich da nochmal, genau, also ich fange einfach mal an und wir schauen mal, wo ich ende. Mein erster Punkt ist, sei der Hüter deines Bruders oder deiner Schwester. Sei der Hüter deines Bruders, sei der Hüter deiner Schwester. Woher nehme ich das? Wo Kain Abel umgebracht hat und dann kommt Gott zu ihm und stellt ihm die Frage. Und wenn Gott eine Frage stellt, ist es nicht, weil Gott die Antwort nicht kennt. Das ist in der Bibel nie so, auch wenn Jesus fragt, was? Wenn er so fragt, oh, wie ist das bei dir? Oder sowas, ja, so, dann ist es nicht, weil Gott, ich habe so viele Dinge im Kopf, das habe ich jetzt vergessen. Ach, Kain, hey, mit dir, Adam, Eva, vielleicht hat die irgendwie, keine Ahnung, Frauen oder sowas. Ja, so, ich bin ein bisschen überfordert, den Abel, wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Ist er hier? Nee, Kain, erzähl mir doch mal, wo ist dein Bruder? Das ist nicht so, sondern Gott stellt dir eine Frage, dass du selber die Antwort findest. Das ist so ein Schlüssel, ja, dass du wirklich deine Antwort findest, dass Gott quasi durch seine Frage an dich möchte, eigentlich die Antwort zu dir bringen. Und was ich dort so sehe, hey, Kain antwortet dann, was Gott? Woher soll ich das wissen? Bin ich denn meines Bruders Hüter? Und was es eigentlich vielmehr heißt, ist, natürlich bist du deines Bruders Hüter. Natürlich hast du Verantwortung für deinen Bruder. Natürlich hast du Verantwortung, da zu stehen und zu schauen, was passiert mit dem. Und das ist eine Mentalität, die sehe ich, die haben wir so gerne in Kirchen drin, so diese Mentalität von Kain so, was geht der mich an? Ich habe mein eigenes Leben. Was juckt der dorthin? Mich? Ich habe meine eigenen Probleme. Und diese Mentalität, das ist wie so eine Mentalität von Kain, die bis heute noch da ist. Und das ist eine Mentalität von einem Mörder. Eine Mentalität von einem Mörder heißt, was, bin ich meines Bruders Hüter? Bin ich für meinen Bruder verantwortlich? Und die Antwort ist, ja, bist du. Diese Mentalität von einem Mörder, die schiebt Verantwortung weg von sich. Wenn du Verantwortung weg von dir schiebst, wenn du vielleicht hier reinkommst und einfach alle Verantwortung weg von dir schiebst, dann sage ich dir, das ist nicht nur Verantwortung wegschieben, sondern es ist eine Kain-Mentalität, die du hast. Und es ist extrem ungesund. Das wird dich kaputt machen, das wird andere kaputt machen. Weil am Ende war es eine Lose-Lose-Situation. Abel war tot, er hat alles verloren. Das ist, wenn wir Verantwortung nicht übernehmen in unserem Leben. Wir sind eine Church, wir sind eine Kirche. Hey, come on, wir sind eine Kirche, wo Ownership ist. Wo wir sagen, Ownership kommt von Eigentümerschaft. Wo Leute da sind und sagen, hey, das ist meins. Ich übernehme Verantwortung. Ich lief zum Beispiel Simon, unser FSJler, unser BFDler. Der kam beim Bewerbungsgespräch zum BFD letztes Jahr. Und hat schon beim Bewerbungsgespräch von uns als Kirche geredet. So, hey, ja, und wie machen wir das denn so? Er hat schon vom ersten Moment an, wo wir ihn überhaupt noch nicht mal akzeptiert hatten als BFDler, hat er schon von wir geredet. Come on, wir als Church. So, ja, und diese Mentalität, das liebe ich so krass. Weil man einfach merkt, wie er, ich meine, Simon, hey, auf dem baut brutal viel auf in dieser Kirche mittlerweile. Ja, so. Und darum lassen wir ihn auch nicht gehen. Ja, so diese, ist es eine Ihr-Mentalität oder eine Wir-Mentalität? Ist es eine Ihr-Macht oder wir machen? Bei euch ist es komisch, bei uns ist es komisch. Wenn es bei uns komisch ist, dann bin ich die Veränderung. Wenn es bei euch komisch ist, macht ihr. Was, bin ich meines Bruders Hüter? Und wir bauen hier Verantwortung. Wir bauen Leiterschaft. Uns ist Leiterschaft ein wichtiges Thema. Und Leiterschaft heißt nicht nur, nicht nur Manager zu sein, sondern Leiterschaft heißt, jeder von uns ist ein Leiter. Weil es fängt schon in deinem eigenen Leben an, Verantwortung zu übernehmen. Es fängt schon in deiner eigenen Gottesbeziehung an, Verantwortung zu übernehmen. Du bist ein Leiter von dir selbst, das ist schon mal bewusst gewesen. Also ich bin halt kein Leiter. Doch, du bist ein Leiter, aber vielleicht auch noch von einer Person. Spätestens, wenn eine Familie kommt, hast du Verantwortung für mehr Leute. Spätestens da solltest du Leiterschaftsprinzipien kennen, Verantwortung übernehmen. Das ist der Riesenfluch, den wir heute haben. Väter und Mütter, vor allem Väter, übernehmen die Verantwortung in Familien. Riesenproblem. Wie wäre es, wenn wir hier in der Church anfangen, wenn hier ein Ort ist, wo Menschen in Verantwortung gebaut werden. Wo wir sehen, was, bin ich meines Bruders Hüter? Ja, natürlich. Auch von deiner Schwester, auch von deinem Sohn, auch von deinem Vater. Hey, und da ist bei uns zum Beispiel so ein Gefäß, unsere Small Groups, unsere Teams, ist ein Ort, wo wir sagen, ja, komm mal, da haben wir Verantwortung. Unsere Leiter, die bauen wir so sehr darin, hey, habt einen Blick, habt einen Blick für euer Team, habt einen Blick für eure Small Groups, sowas, ja. Und es ist natürlich nicht perfekt, aber es wird immer besser, wenn du anfängst, es auch zu denken. Wenn du dich nicht gesehen fühlst, dann fang an, andere zu sehen. Vielleicht bist du schon ziemlich stolz draußen, dass du überhaupt in die Kirche kommst, das ist cool, das ist schön, mich freut es mega, dass du da bist. Aber, Gott freut sich sicher auch, aber er freut sich, ich habe es das letzte Mal schon gesagt, wenn du jemanden mitbringst und er freut sich, wenn du jemanden mitbringst und dich dann auch noch um die Leute kümmerst. Und er freut sich ja auch, wenn die Person nicht kommt, dass du nachhakst, dass du einfach dann nachgehst. Warum? Weil du bist deines Bruders Hüter, du bist deine Schwester Hüterin. Wir haben diesen Wert, welcome home, willkommen zu Hause, haben wir da drüben rechts oben stehen, willkommen zu Hause, das ist eine unserer sechs Werte. Wir bauen, wir sind wie aus diesen Werten aufgebaut und sagen, diese Werte, wenn wir diese Werte leben, kommt daraus eine Kultur. Und wir wünschen uns eine willkommen zu Hause Kultur hier, beziehungsweise wir haben eine willkommen zu Hause Kultur hier und die wollen wir immer weiter bauen und darin stärker werden. Der Schlüssel ist nur, willkommen zu Hause heißt, da ist ein Zuhause und da sind Leute, das ist eine Familie. Und die Familie sagen, das ist mein Zuhause und in deinem Zuhause, da bin ich Gastgeber. Das heißt, wenn du zwei, drei oder vier Mal da warst, dann bist du nicht mehr Besucher, dann bist du Gastgeber. Dann fängst du an, dich zu sehen und sehen mich die Leute, dann fängst du an, siehst du die Leute. Ja, ich lieb's, ich bin letzten Sonntagabend noch zu Matze vorbei in die Wohnung, die sind umgezogen, Matze, seine WG-Partner und sind genau in die neue Wohnung gezogen. Und ich bin angekommen, ich war gerade noch am Telefon, als ich angekommen bin und die saßen zusammen und ich habe mich schon wie zu Hause gefühlt. Ich bin an den Kühlschrank gegangen, habe ihr ein Bier geholt, habe erstmal die Zimmer angeguckt, dann bin ich zu denen gegangen und sie begrüßen, dass ich mit dem Telefon fertig war. Ja, so, ich habe mich zu Hause gefühlt, warum? Weil wir sind Familie. Ja, und es war nicht unverständlich, es war einfach, ey, komm mal, wir sind Familie. Lass uns doch so hier eine Kirche sein, dass es Familie ist, dass es ein Zuhause ist. Die Sache ist einfach, das braucht deinen Schritt in Verantwortung. Ich sehe so, Leuten, denen es am schlechtesten geht, sind die Leute, die nur auf sich schauen. Red mit Leuten, denen es richtig schlecht geht, dann wirst du merken, das sind Leute, die drehen sich nur um sich selbst. Die kümmern sich vielleicht um ihren Job, um ihren Haushalt, um alles mögliche kümmern sie sich, aber es geht nur um sie selbst. Das sind quasi ihre eigenen Sachen, es geht aus einer Selbstsucht heraus. Wenn du ein Rezept willst, wie es dir scheiße gehen kann, dann kümmere dich um dich selbst. Ja, mega, mega Lebenstipp heute. Ja, wenn du wissen willst, wie du erfüllt lebst, dann schau auf andere. Das ist so ein göttliches Prinzip, auch von Großzügigkeit, so dieses, hey, nicht nehmen, sondern geben. Und dann wird Gott dir wieder geben. Das ist ein Thema, eigentlich hätte ich den Punkt noch vorgehabt, aber auf den komme ich heute definitiv nicht mehr. Ich sehe, ein Deckel kommt in der Kirche drauf, wenn Leute bereit sind zu nehmen und nicht bereit sind zu geben. Ein Deckel in der Kirche kommt an dem Moment, wo du bereit bist zu nehmen und es aufhört, dass die Leute bereit sind zu geben. Ihre Zeit, ihre Ressourcen, ihre Gaben, ihre Freundlichkeit, ihre Beziehung, Leute zum Essen einzuladen und so weiter. Wenn das aufhört, dann geht eine Kirche kaputt. Und an diesem Punkt, wir sind jetzt gewachsen, wir haben sonntags um die 240 Leute oder sowas, ja, mit inklusive Kinder. Und das ist eine Zahl, da kann man nicht mehr jeden Blick haben. Und das ist ein Schritt, wir gehen jetzt auch auf die zwei Gottesdienste, unter anderem, dass wir dort auch die Möglichkeit haben, dort neu nochmal, wie nochmal einen Blick füreinander zu bekommen. Aber die Sache ist, wir werden weiter wachsen, noch über tausend Leute. Ja, so, da müssen wir einfach einen Blick bekommen für die Menschen. Mich hat das so bewegt, wir waren in den USA für vier Wochen in dieser Kirche. Und es haben nur ein paar wenige Leute gekannt, die meisten haben uns natürlich nicht gekannt bei einer 8000-Mann-Gemeinde. Und wir wurden so oft eingeladen zum Essen von irgendwelchen Leuten, wo wir nicht kannten, das konnten wir gar nicht wahrnehmen, das ganze Essen gehen. Und die wussten nicht, dass wir die Pastoren aus Deutschland sind. Die sind einfach zu uns, hey, seid ihr neu hier, oder? Komm, lass uns doch essen gehen nach dem Gottesdienst. Ich möchte euch kennenlernen. Das hat mich so bewegt. Und das ist ein Schlüssel, warum die Kirche überhaupt so groß wurde. Weil die Leute haben die Mentalität von, ich sehe meinen Nächsten. Ich sehe, bist du meines Bruders Hüter? Ja! Wir schieben es gerne weg aus Welcome-Team. Oh, wir haben ein Welcome-Team, die werden die Leute begrüßen. Wenn es dahin gekommen ist, dass das Welcome-Team die Leute alles begrüßen muss, dann ist es vorbei, dann können wir hier dicht machen. Dann werden wir noch irgendeine coole Show abziehen, dann wird es noch irgendwie cool sein. Wir werden ein bisschen den Kern haben von Leuten, mit denen es nice ist, wo wir zusammen abhängen, wo wir zusammen feiern und sowas. Ja, aber es wird einfach eine Anhängerschaft, aber keine Family. Es wird keine Veränderung in die Gesellschaft reinbringen. Warum? Weil Veränderung in die Gesellschaft kommt nur, wenn wir Familie sind, zusammengebaut werden, Gott uns gemeinsam baut, wenn wir gepflanzt sind. Ja, hey, und das Ding ist einfach, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Saatkorn in deiner Hand hattest, ja? Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es auf deiner Hand nicht gewachsen ist. Ja? Darum ist es auch noch ein Korn. Das musste runtergedrückt werden, dass es aufblühen kann, dass es wachsen kann. Das heißt, ein Korn muss gesät werden, muss gepflanzt werden, um zu wachsen. Und das ist die Kirche. Kirche ist der Boden, wo du gesät werden kannst, um zu wachsen. Eine Small Group ist der Ort, wo du gesät wirst, um zu wachsen. Eine Team, eine Band, eine Technik, eine Welcome-Team, ein Kids-Team, was auch immer, ist ein Team, wo du gepflanzt wirst und da wirst du wachsen. Es geht einfach immer besser zusammen. Okay, hey, und ich glaube einfach, lass uns diesen, wirklich, ich lass uns diese Mentalität von diesem Keinen brechen hier, von diesem Verantwortung wegschieben von mir. Was, ey, bin ich meines Bruders Hüter? Ja, Mann, bist du. Come on. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Eigentlich der letzte Punkt ist eigentlich der beste, aber da muss ich eine ganze Predigt draus machen. Ja, weil das ist viel zu schade, sich da nur eine Stunde aufzuhalten dabei. Also mein zweiter Punkt ist Kill a Night. Ja, da ist, wenn ich es wieder, Kill a Night drin. Kill a Night. Ich habe einfach gedacht, ich übernehme das K. Ja, ich habe noch überlegt, ich könnte lauter Ks sozusagen, kein Killer, Kille, Kneit. Aber dann ist es karte, stimmt nicht ganz, darum ist es einfach Kill a Night. Ja. Und es ist, weißt du, hey, Kain hat einen Teil von seiner Ernte geopfert und Abel, ein Erstgeborener von seinen Lämmern. Ich habe mich ganz lange gefragt, Gott, warum hast du Kain nicht angenommen und Abel angenommen? Wie unfair bist du Gott? Lag es vielleicht, dass es Früchte waren oder was auch immer? Ja, Vegetarier, Kain, geht gar nicht. Nein, okay, okay, okay. Sorry, sorry, Veganer. Nein, okay, also, nee, 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 nee. Und, ähm, nein, sorry, ich wollte jetzt keinem zu nahe treten. Es geht die Grenzen jetzt auch wieder los, darum ist einfach ein bisschen wach dieses Thema. Ähm, okay, also, hey, der Schlüssel ist, Kain, heißt es, er hat einen Teil seiner Ernte Gott gegeben, Abel, den Erstgeborenen seiner Lämmer. Und ist der Schlüssel, gibst du Gott nur einen Teil, quasi den Restposten, quasi das Fallobst, oder gibst du ihm den ersten Teil von dem, was Gott dir gegeben hat? Das ist der Prinzip vom Zehnten, dass du Gott nicht deinen Restposten am Monatsende gibst. Nicht so, ah Gott, ich habe noch ein bisschen Zeit über, könnte ich einfach noch ein bisschen was in die Kirche geben. Das vielmehr ist, hey, er ist geboren, quasi, da tut es weh, er weiß nicht, ob da noch ein Zweitgeborener kommt. Das ist das erste Lamm geboren, er wusste nicht, ob noch ein zweites Lamm kommt. Weil, das ist ein Akt des Vertrauens. Gott möchte nicht, Gott geht es doch nicht darum, dass du ihm irgendwas gibst. Ihm geht es darum, ob dein Herz ihm gehört. Und wenn du ihm vertraust, wenn du ihm dein Herz gibst, dann gibst du ihm das Vertrauen, ja, und den ersten Teil. Darum geht am ersten des Monats, geht mein erster Teil weg. Geht mein erster Teil, mein ersten zehn Prozent, quasi, von meinem Einkommen, von allem, was bei uns reinkommt, in irgendeiner Weise, geht immer weg. Habe ich mal was Kleines geerbt, ging dort der erste Teil weg. Das ist eine Mentalität, wo ich sage, Gott, ich vertraue dir. Und das ist nur Gott zurückgeben, alles darüber hinaus, aber das ist ein anderes Thema. Also, und das Ding ist einfach, kein, er wird neidisch auf Abel, dass er, dass Gott Abels Opfer annimmt. Und er denkt sich dann ein bisschen so, hey, wenn ich Abel umbringe, gehört vielleicht das alles mir. Den Segen, den der Gott gegeben, äh, den der Abel jetzt gegeben hat. Weil, Abel weg, ich bin noch da. Und diese Mentalität haben wir so crazy in Kirchen. Ich hatte vorhin beim Gebet, haben wir hier für Villingen, Schwenningen gebetet. Und mir kam so krass so dieses, dass wir hier so eine Mentalität haben. Und es ist mir das erste Mal so aufgefallen, wo ich so gefragt habe, Gott, was ist wie so ein Geist, der hier über diese Region liegt. Und es war wie dieses Getrenntsein von Villingen und Schwenningen. Dieses eigentlich eins, aber doch zwei und dem anderen nicht gönnen zu wollen. Und dieses, den anderen als Feind zu sehen, das ist sogar in den Kirchen so. Wo ich denke, Alter, ey, wie viel Gemein und Kirchen uns anpissen als ICF, da kriegt man es kotzen. Und wie viel teilweise bei uns Kommentare fallen gegenüber anderen, kriege ich auch es kotzen. Und das ist nicht normal. Das ist wie so ein Spirit, aber den müssen wir brechen. Auch in dieser Kirche hier, ich lieb's, die haben so geile, starke, initiative, Hammerleute. Aber das ist teilweise eine Mentalität, von dem anderen nicht zu gönnen. Nimmt mir jemand einen Platz weg? Jetzt hat der den Segen gekriegt? Ich nicht. Jetzt hat der auf der Bühne sein? Ich nicht. Jetzt ist der Leiter? Ich nicht. Jetzt wird der dort eingeladen? Ich nicht. Jetzt hat der sich mit dem David zum Kaffee getroffen? Ich nicht. Jetzt wird der zum Kaste eingeladen? Ich nicht. Jetzt darf der dort machen? Ich nicht. Welcome, Kain. Hey, und das ist eine Mentalität, die müssen wir killen. Das ist eine Mentalität, die müssen wir killen. Das zerstört so unglaublich. Ey, wenn ich sage, wenn wir unter Geschwistern schon so miteinander umgehen, warum sollten wir draußen irgendeinen Unterschied machen, Mann? Wie gehst du mit um, wenn was nicht nach deiner Nase läuft? Bist du treu? Oder hörst du auf? Kleine Klammer auf. Gott testet manchmal. Und ich sage dir auch ein Klammer auf. Auch ich als Leiter teste manchmal. Und auch andere Leiter testen manchmal. Ist er eigentlich treu? Oder ist er mega stolz? Und wirkt einfach gerade als der Superhero. Manchmal ist es auch ein bisschen, schauen wir, testen wir. Und die Sache ist, wenn du einen Test bestehst, dann kommt Next Level. Wenn du einen Test nicht bestehst, was passiert? Nochmal eine Runde. Ich hatte zum Beispiel die Fahrradprüfung, bin ich durchgefallen. In der vierten Klasse, oder wann war das? Zweite Klasse, keine Ahnung. Ich bin durch die Fahrradprüfung gefallen. Da musste ich nochmal hin, dass ich Fahrrad fahren durfte. Ja, hey, ein Test. Wenn du einen Test nicht bestehst, musst du nochmal machen. Die Frage ist, wie läufst du deinen Test? Bist du dort drin und bist neidisch? Bist du da drin und denkst, der hat es geschafft, dich nicht? Hey, ich möchte wirklich ermutigen, dass wir gönnerisch werden. Dass wir nicht diese Mentalität vom Keinen haben. Jetzt wurde der gesegnet dich nicht. Dann ich sage, okay, komm mal, es gibt aber eine zweite Runde für mich. Und dann ist es richtig. Und viele lassen sich dann von Gefühlen leiten. Oder so ein bisschen die Gefühle. Oh, jetzt fühle ich mich. Und dann ist das Riesengefühlschaos. Und aufgrund der Gefühle, wir nutzen manchmal Gefühle als einen Kompass. Dabei sind Gefühle ein Thermometer. Oh, jetzt brennt es gerade heiß. Da ist ein Vulkan. Gehe ich hin und dann gehe ich kaputt. Gut, wenn du Gefühle als einen Kompass nimmst, dann rennst du in den Vulkan rein. Wenn es ein Thermometer ist, merkst du, oh, jetzt wird es langsam heiß. Jetzt sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Und so ist es mit Gefühlen. Wenn deine Gefühle hochkochen, dann heißt es nicht, geh dir nach. Sondern es heißt manchmal dort, bleib mal ein bisschen auf dem Boden, mein Freund. Dann heißt es ein bisschen, such mal nach einem Bruders Hüter für dich. Damit du dir mal das ganze Ding anschauen kannst. Dann heißt es vielleicht, Verantwortung zu übernehmen in einem anderen Bereich. Gefühle sind ein super Thermometer und ein schrecklicher Kompass. Ja? Und es ist ein Unterschied zwischen einem Babychrist, gar keinem Christ und einem, der im Reifeprozess schon ist. Lässt du dich von deinen Gefühlen leiten oder nicht? Ein Riesenindikator. Klammer auf. Test. Ein unglaublicher Schlüssel. Kain. Ich fände es so krass, wo Gott dann im Endeffekt dort mit Kain dann redet, als er ihn schon kurz bevor er ihn umbringen möchte. Oder? Das heißt dann, danach, genau, Vers 5. Kain und sein Opfer, jedoch wies er zurück. Und Gott fragte dann ihn, warum bist du so zornig? Fragte der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du doch jede, jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Wo Gott schon ihn konfrontiert und sagt, ey, come on, lass uns das ganze Ding anschauen. Er hatte die Möglichkeit, anders zu handeln. Er hatte die Möglichkeit, anders zu handeln. Und ich hatte auch wie so diesen Impuls gehabt, er hätte die Möglichkeit gehabt, auf Abel stolz zu sein. Und für ihn zu beten und ihn zu segnen. Und zu sagen, come on, ich freue mich mit deinem Erfolg mit. Und ich nehme dich als Vorbild, dass ich in dieselbe Richtung gehe. Ich sehe dich nicht als Konkurrent, sondern als Inspiration. Und es ist so ein göttliches Prinzip, was du sähst, das erntest du. Was du sähst, das erntest du. Galater 6, Vers 7, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Was du sähst, das wirst du ernten. Und es ist so ein Ding, wenn du jemanden, wenn du Neid sähst, wirst du Neid ernten. Bei mir ist so ein wichtiges Ding gewesen. Ich habe ja auch Leiter über mir. Ich habe zum einen einen Coaching-Gruppenleiter, habe ich in Deutschlandleiter, Tobias Teichner und Leo Bigger auch als Leiter über mir. Und es sind Dinge, die manchmal nicht so laufen, wie ich es jetzt sage, so hätte ich es jetzt gern. Aber ich weiß, was ich säe, das werde ich ernten. Und darum weiß ich, ich bin manchmal einfach, sage ich, okay, ich vertraue euch und ich mache das. Und ich versuche, dass eure Vision meine Vision wird. Ich versuche einfach mal in den Gehorsam zu gehen, warum, was ich säe, werde ich ernten. Darum haben wir zum Beispiel auch, wir wünschen uns, dass hier ein soziales Zentrum entsteht. Darum haben wir in unserem Reach im Dezember, haben wir Geld ins Dreamcenter nach L.A. gespendet. Nicht, weil wir sagen, die brauchen es unbedingt, sondern weil wir sagen, wir säen und wir würden das hier ernten. Wir säen und es wirst du ernten. Wenn du sagst, du möchtest, du möchtest wachsen, du möchtest vorangehen, hey, dann säe und dann wirst du es ernten. Okay, dann habe ich meinen letzten Punkt noch. Und der heißt, kille Taubheit. Kille Taubheit. Gott spricht zu Kain und warnt ihn, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umher schauen. Doch wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf, sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Gott hat ihm die Möglichkeit gegeben. Und Jesus sagt in der Bibel immer wieder so dieses, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich habe Ohren, das höre ich. Wenn dein Herz Ohren hat zu hören, ey, dann hör. Und hören heißt, mach es dann auch. Ich weiß, ob du schon mal jemanden gesehen hast, der taub war und schon mit jemandem geredet hast. Die können dir das auch, auch gewisserweise dann auch lernen zu reden, aber du hörst, dass sie nicht hören können. Weil es hört sich irgendwie ein bisschen kummen an, ein bisschen so abgedämmt manchmal. Ja? Und es ist krass, dass sie überhaupt reden lernen können, ohne zu hören. Aber du hörst es bei ihnen immer noch, dass sie nicht richtig reden können. Das heißt, wenn du nicht richtig hörst, wirst du nie richtig sprechen können. Wenn du Gott nicht richtig zuhörst, dann wirst du nie fähig sein, richtig zu reden. Dann wirst du nie fähig sein, die PS auf die Straße zu bringen. Wenn du nicht fähig bist, diese Geschichte, Kain und Abel, auf dich runterzubrechen und zu sagen, okay, vielleicht bin ich gerade in einer keinen Position. Und dann runterzubrechen und dann zu sagen, jetzt mache ich da einen Unterschied. Dann wirst du nie fähig sein, zu laufen, wie Gott eigentlich für dich bestimmt hat. Kille Taubheit. Darum ist es so wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Dass wir lernen, zu hören, den Heiligen Geist reden hören. Darum komm zum Pray and Praise. Da bringen wir dir unter anderem vielleicht auch bei, wie du den Heiligen Geist führen kannst. Lerne die Bibel kennen. Und nicht als Informationsbuch, sondern als Lebensbuch. Als Buch des Lebens. Als Gottes lebendiges Wort. Lese nicht die Bibel nur einfach als Geschichte. Sondern lerne, dass das Wort Gottes in deinem Mund so kraftvoll ist, wie Gottes Wort in seinem Mund. So stark, wie du Gottes Wort hören kannst, so stark kannst du dann auch sprechen. Und ich glaube, wir sind eine Kirche. Unser Anliegen ist es, dass wir wirklich, dass wir aus diesem Keimmentalität, dass wir da nicht drin stecken. Dass wir gönnerisch sind. Dass wir sagen, hey, ich sehe den, der kommt mit einem fetten Auto. Hier der Harry, oder? Mit seiner 800-Euro-Jacke. Nein, Quatsch. Dass wir uns freuen und ihn segnen. Und, 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 hey, come on. Der hat ein geiles Auto. Come on, den segne ich, Mann. Weil ich weiß, was ich segne. Ich säe da was und es wird ernten. Ich freue mich mit. Bei denen in der Ehe, das ist so gut. Come on. Der wurde geheilt, ich nicht. Oh Mann, come on. Ich bete nochmal für dich. Come on. Für das Next Level. Warum? Weil was du segnest, wirst du ernten. Das ist in die Mentalität vom Gönnen kommen. Ja? Und ich bin überzeugt, das ist ein Durchbruch, den Gott für uns hier hat. Wo Gott uns in was Neues reinführen möchte. Dass wir wirklich kein Killer sind. Lass uns kein Killer sein. Ist es gut? Yes, come on. Lass uns aufstehen. Ich werde euch noch mit uns beten. Ich werde euch noch mit uns beten.